Musik 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 Oh! Links! Ok! Ich mach ihn da weg Musik 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 Ja, genau so Wolfgang Musik Ganz hoch und nach links drücken Musik 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 Ja. Das ist doch. Ja, lass los. Ich bin jetzt nicht wieder nach oben campen. Ciao. Das war grad voll ungefähr. Wow. Ja. Weil grad war doch wieder das Problem, dass dein Arm abpressen wird. Wird schwingt bitte? Ja. Ich krieg niemals genug. Ja. Boah, ist das bald fertig mit dieser Kackwelt? Ja. Alter, was sind wir jetzt? Okay. Friedhof. Der Friedhof der tausend Ziegen. Galaktische Hirngipfel. Oh Gott, was ist das hier für ein Mikrofon? Ja. Der häuten Baby, das kann ich grad gar nicht leiden. Ja. Einfach mal dagegen drücken. Nee. Okay, drüber. Okay, zurück. Wir müssen jetzt eine Rede halten. Ich hab keine Ahnung. Shut up, Hector. Was ist, wenn wir das Mikrofon nehmen und ihr geben? Ja, wir versuchen es mal. Ich kann es nicht nehmen. Lass uns mal ran schwingen. Dass sie auch dran gehen? Nee, ich würd gern auf die Glattform hoch. Dann lass los. Dann lass los. Was möchtest du? Jetzt, dass du das Mikrofon nimmst. Dass ich es nehme? Ja, ich kann es nicht nehmen, so. Ja. Hallo. Grüß, liebe Menschen, wir sind hier heute gekommen. Wir haben heute hier zu sprechen über eine Sache. Science. Human species als ein, wie es als ein Allmighty-Thing, Knowledge itself, Laws of the World, und sie sind richtig. Es ist wirklich etwas, was das Leben in der Lage ist. Aber wir uns zeigen Ihnen noch eine andere Seite von Science. Eine andere Seite, eine andere Seite, eine andere Seite mit zwei Hände und fast keinen Gehirn zu zeigen für es. Es ist wir, an Abomination living in Pain, created by men and women of Science so preoccupied with whether or not they could, they didn't stop to think if they should. Wir spent the last hours, maybe even days, palpiteerd by gods from another world. Thrown to our death and resurrected an innumerable amount of time, maybe by malice, maybe by clumsiness but every time for entertainment. Is your need for distraction so great that you would turn our pain and suffering into mere amusement for the masses? Here we are, in our last seconds of lucidity we were blessed, or maybe cursed with, sharing our woes to an imaginary crown. In the end, our biggest achievement lies in the reality that you became accustomed to it, even numb to the fact that you are looking at and playing with the life of a ridiculous meatball-looking pile of symbiotic flesh. AaaaaaahhhhhhhWhat ODICT Ach so, die Kamera kann ich ihn auch wieder ANMAR? Ah, Alter! Geh doch aus dem Weg! Auf Wiedersehen. Das ging noch nicht ganz. Pre-Alpha-Level-Design. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein, oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Okay, das jetzt kommt jetzt sein. Oh, nein. Zurücksetzen. Lässt du mal los. Aber warum? Du hältst dich nicht. Ja, aber warum soll ich mich denn festhalten? Hier passiert doch nichts. Beim Voranlaufen halte ich mich immer. So, wir müssen ein Arm und nach oben und ein Arm und nach unten. also wir können uns mal abtrennen auf jeden fall okay ich gehe oben hin okay oder auch nicht wir sind hier schwere los ich kann das lineal hier runterziehen oh gott das wäre jetzt aber blöd weil ich muss doch an das untere aber warum eigentlich guck mal jetzt komme ich hier wieder ran zieh uns zurück und dann gehen wir auf das lineal drauf aber die zacken gehen nicht ach das sind zacken ja oh mein gott was ist das für ein beschissenes okay wieder zurück wir müssen uns zurücksetzen zurücksetzen wie ist das mal los aber wenn du jetzt einfachst du töten uns einfach wo soll ich denn rangehen an diesen augen ich schätze ich check nicht wie das ding zurücksetzen kann man kann es hier auch irgendwie zurücksetzen jetzt kommt du mal herunter aber ich muss mich auch von ihm von meinem körper trennen richtig ja klar das war mit du musst umstellen oben steuerkreuz links und jetzt abtrennen mit was nummer auch l1 und das muss da unten hinfliegen wieder l ok und jetzt können wir halten ne 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 jetzt stellen wir einfach das ding hier so nach unten drücken und jetzt bauen wir uns hier quasi einfach eine brücke hin nach unten drücken nach unten drücken ok trennen wir uns jetzt moment ich mache mich jetzt erstmal wieder ran so und du bleibst jetzt einfach mal ok ok kannst du dich mit x wieder ran machen ähm ich flieg mal da hoch mach denn so und dann fällt er weg sehr schön ja ja so wollten wir das aber wir können doch auch da oben an die notizblätter so du musst jetzt da ran quasi auch die ablösen mit l ok ok irgendwas check ich nicht wie halte ich mich auch mit l und jetzt nach unten drücken so 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 du bleibst so jetzt mal dran oh ok 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 Okay, Moment. Entschuldigung, ich dachte, dass ich kaum wieder will. Nee, weil ich brauch dich da wahrscheinlich. Oh, nein! Wo willst du hin? Alter, könnt ihr die Kamera... Bleib du bitte einfach da. Alter, warum... Okay, kannst du dich jetzt quasi abtrennen und da ran gehen? Autsch. Okay, drehen einfach. Machst schon. Warte, 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 nach unten, nach unten, nach unten. So, und du musstest da rechts ran. Ich? Ja, du musst da rechts ran, weil auf der anderen Seite es glitschig. Danke. Ja, ich konnte leider nichts machen. Guck mal, ob du da hochkommst. Oh Gott. Halt dich! Okay, geht rüber. Nein, okay, ich lass los. Hab uns. Achtung, zacken oben. Ja. Okay, ähm, wir platzieren uns hier mal genau in der Mitte. Wir müssen da irgendwie hochfliegen. Halt dich mal rechts bisschen, dass ich meinen Arm ordentlich hinkriege. Jetzt lass dich mal los. Komm mit, mitfliegen. Passiert da nichts, der Kopf ist ja safe. Wir müssen hier, glaub ich, die Bleistifte irgendwie runterziehen. Ja, aber wir müssen erstmal hochkommen. Bist du dran? Bin dran, ja. Okay, also jetzt mach ichs. Oh, komm. Oh, komm. Einfach ganz nach unten ziehen, ne? Ah, okay. Und dann kannst du loslassen. Du kannst einfach Spray ganz nach unten drücken. Hä, ich schwing da immer so. Ich machs trotzdem. Okay, jetzt wird wieder mit X an den Körper ran. Und dann strecken wir uns hoch. Nee. Warte, ich stimme uns hoch. Und du hältst dich oben am Playstip fest. Hast du? Dann arbeiten wir uns da langsam hoch. Ich geh hoch. Du. Ich. Gleich direkt weiter rüber. Hast du uns? Nein, jetzt. Okay, hier ist ein Checkpoint. Das war jetzt schon ganz gut eigentlich. Zack, okay. Okay, ich will das trotzdem schließen. Wir müssen die Playstifte glaube ich in den Weg ziehen, oder? Warte mal. Hast du uns eigentlich auch? Ja. Okay. Moment, ich lass mal. Los. Okay, die bewegt sich langsam. Moment. Das passt. Warte. Oh. Mehr reicht jetzt nicht mehr. Mehr reicht das nicht mehr. Doch. Okay. Wir müssen das beide machen. Weil wir müssen das beide. Weil wir müssen das beide machen. Wie ist das? Verdammt. Nein. Nein, ich kann, glaube ich, hier bleiben. Ja, du kannst, glaube ich, da bleiben. Du machst einfach alles allein. Weiter geht's, weiter geht's. Komm, warte, noch nicht zu früh. Noch nicht zu früh. Ich bin noch dran. Jetzt kannst du losladen. Warte, langsam. Checkpoint! Okay, wir machen rechts. Ah, jubi, jubi. Unten ist der Bleistift, die müssen wir hochziehen. Da müssen wir vielleicht so eine Art... Ja. Stopp, das reicht schon. Stopp, das reicht. Ich finde das Prinzip hier irgendwie cool, mit den fliegenden Armen. Das lockert das Ganze endlich mal ein bisschen auf, finde ich. Ich mach den letzten Auto-Clue. Ich mach den. Dann geh ich schon mal los, ja? Dann geh ich schon mal los, ja? Mhm. Au. Wow. Nee, machen wir noch nicht. Okay. Ab. Wir müssen da oben rein. Ähm. Okay. Wie bauen wir uns das? Also, als allererstes mal, muss der Stift hier auf jeden Fall, mal weg. So, dann können wir später immer noch holen. Jetzt komm ich hier nicht raus. Komm zu mir. Warte. Ich würde ihn ja vielleicht hier irgendwie so... Kannst du... Kannst du mal versuchen, ob du hier rein kannst und das rüber schieben, ziehen kannst? Ja. Das ist nur der Radiergummi. Okay, das passt. Wir müssen uns hier jetzt halt eine Brücke bauen, einfach. Ja. Lass... Lass mal mich... Ja, geh du mal da, dann. Ich hätte das jetzt so hin. Ja. Okay. Und dann? Warte, wir können das Ganze... Jetzt gehst du da rein. Hier? Ja. So, und klemmst dich jetzt quasi hier zwischen Radiergummi und... So. So. Okay, lass... Warte. Ja. Passt. Und jetzt musst du es schaffen, hier alleine hochbekommen. Kriegst du das hin? Ich probier's. Das könnte schwierig werden. Hier am Radiergummi. Wie mach ich das? Mit Schwung. Ja. Schade. Ich kann das hier leider nicht verkeilen oder so. Keilen? Ja. Ja, schade. Ja, und genauso nochmal. Ja. Ja. Ja, halt dich, halt dich nach unten. Okay, ich glaub das muss gehen. Ich glaub auch. Du hast dich, du hast dich, du hast dich. Du hast dich, du hast dich. Sehr gut, schön weiter. Hallo? Hey. Ja. Mach ruhig nochmal eins hier extra. Zieh dich so von unten ran. Out. Und jetzt kalt er hoch. Und jetzt dropp dich rein. Sehr schön. Das haben wir doch jetzt relativ schnell gelöst. Das haben wir jetzt relativ schnell gelöst, ja. Ich hab immer nur Angst, was als nächstes kommt. Anathidaphobie. Hältst du uns? Ja, ich hab grad gelesen. Hm? Ja, ich will jetzt hier. Hurt. Ups. Oh oh. Eine riesen Ente. Ist das ein Boss? Sieht so aus. Metaphorische Ente. Die feuchtkalte Marionette. Müssen die Sperre rausziehen? Ja. Ne. Reinrahmen, natürlich. Reinrahmen? Warum? Dann hat sie keine Schmerzen mehr. Dann hat sie keine Schmerzen mehr. Und dann ist sie plötzlich ganz lieb Bubi zu uns. Oh je. Okay. Wir versuchen auf das Bein oben drauf zu gehen. Ja. Ohne dass der uns zerquetscht. Weg. Weg. Das ist. Okay. Es ist aber Checkpoint. Müssen wir jetzt die Szene... Wenn die Bote kommen, wir gehen unten durch. Ja. Warte. Jetzt zieh, 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 zieh. Boah. Das reicht nicht zum unten durch. Wir müssen uns festhalten und dann schnell zurückziehen. Weiß wie ich mein? So und dann schnell zack weg. Jetzt zack. Jetzt hin. Ja. Ich hab uns... Ja, 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 alles los. Okay. Okay. Die Federn sehen irgendwie verdächtig aus hier. Weißt du los? Ja. Guck mal ob du die... Ja, ja, okay. Lass los. Zieh eine nach der anderen raus. Ja. Okay, warte. Ich kann hier festhalten grad. Lass mal du los. Du bist dran, ja? Ich lass los. Ja. Ich zieh jetzt hier die Federn raus. Eins. Warte. Muss ich mitschwingen. Zwei. Warte. Wieder ganz hoch. Was? Ganz hoch? Ganz hoch, dass ich mich wieder festhalten kann. So und jetzt musst du rausziehen. Festhalten, festhalten. Okay. Ich bin glaub der obere. Ja. Ja, ich schwing hoch. Ja. Okay. Ah, okay. Ich hab jetzt dachte, wir gehen am Bein weiter. Okay. Dann ran. Und steck ihn rein. Okay, zieh ihn raus vielleicht. Ja. Ich kann gar nichts damit machen. Kannst du auch mit dran. Warte, ich lass mal los jetzt. Ja. Da steht eh drin, oder? Jetzt. Jetzt ist er dran. Okay, wir schwingen links rum weiter. Ja. Kann ich loslassen? Ja. Hast du? Ja. Achtung, jetzt sind wieder Federn hier. Ja. Achtung, da kommt irgendwer weg. Weg. Was? Oh, fuck. Okay, nichts passiert. Wir müssen nur wieder hoch. Achtung, jetzt mit der Pfote wieder. Warte, wir bleiben so. Geh weiter. Ich glaub der macht nichts. Ja. Weiter. Ja. Noch mal. Hoch. Okay, so, so. Kein großer Fortschritt. Okay. Hast du's? Ja. Ja. Warte, halt dich fest. Nein. Oh Gott. Hast du? Ja. Nein. Nein. Tut mir leid. Das war grad ganz dumm von mir. Ich weiß. Nein. Kommt her. Was ist das jetzt? Ich lass los? Ja. Schwingen. Ups. Ich hab. Ich hab. Federn rausziehen. Versuchst du eine Feder auf das Ding hier? Oh. Okay, Federn raus. Warte, 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 bleib dran. Bleib dran. Wir gehen einfach weiter. Ja, die Federn sind glaub nicht wichtig, oder? Glaub ich auch nicht. Rausziehen. Das ist glaub nur damit wir uns wo halten können. Rausziehen. Ja. Ja. Warte, festhalten. Ja, hat mich einfach weggeschlosselt. Konnt gar nicht mal. Aber der Weg ist jetzt schon ein bisschen vorbereitet. Warum fällt es uns da so schön auf? Bitte? Wo? Ich hab was. Ja. Hä? Nein! Warum ist das denn los? Ja, weil... Ich dachte, ich muss schon... Du warst doch, ich brauche doch Positionen. Entschuldige. Du musst sicher... Festhalten. Kannst du einfach bitte immer sagen, wie du dich dran hältst? Ja. Ich halt mich jetzt einfach mal noch. Weil der sich bewegt hat. Okay. Ja. Ab. Ja. Ab. Ja. Ab. Ja. Ab. Nee. Festhalten, festhalten. Ja. Ende kommt. Loslassen. Loslassen. Nein. Okay. Okay. Weiter. Schwung. Schwung. Ab. Ab. Schwung. Ab. Festhalten. Ja. Ab. Schwung. Ab. Ja. Mach mal mit Schwung. Hast du? Ja. Jetzt gehen wir das mal raus. Mit Schwung hoch. Ja. Mit Schwung hoch. Okay. Und rein damit. Ich habe es nicht, glaube ich. Aber ich greife irgendwo. Krafthalten. Greif um. Okay. Okay. Ja. Okay. Ich habe auch gerade. Ich weiß nicht, ob ich mich loslassen kann. Ja, lass mal los. Ich bin ja am Schwert dran. Warte. Versuch auch mal mit rein zu drücken. Warte. Ja, es ist dran. Okay. Treffst du's. Ja, ich habe treffst du oben rum quasi. Nein. Warum sind wir jetzt abgerissen? Ja, weil er uns halt immer wieder mal wegschüttelt. Ach. Warte mal. Ich muss neu entstehen. Leute, es tut mir leid, dass ich immer wieder so nahe in die Kamera reingehe. Aber ich erkenne sonst hier nichts. Und hoch. Verstarten geschwemmt. Auflaufen. Sagst du's wieder nicht? Hup. 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 Ich hab den einfach weggerissen. Das ist halt gerade auch gemein, weil wir waren gerade. Ja. Vor allem, der hat gerade gar keine große Gebilligung gemacht. Hup. 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 Wenn die Kamera weggeht, halten wir uns einfach nur. Okay. Und dann irgendwelche dumme Bewegungen machen. Okay. Hup. Du siehst. Ich seh dann auch nichts. Ihr kennt nicht, wo wer ist. Okay, jetzt können wir weitermachen. Hup. 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 Wer das tut. Bleiben hier jetzt erstmal so? Hup. Bleiben음�onab... Ich hab... Hup. 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 Hast Du halten? Ach, come on, was ist denn das für ein Quart hier schon wieder? Ich glaube, ich habe es gerade gemerkt, was das Problem war. Ich glaube, wir waren gerade nicht nah genug an ihr dran. Wir müssen beide volle Kanone gegen sie drücken. Ja, das mache ich. Ich hatte gerade das Gefühl, wir haben... ...Warten, oder? Ja. Ach, komm, Ente, wir können weiter. Fischthalten, oder? Ja. Okay, weiterschwingen. Lass ich los? Enten kommen. Nein, das ist nicht los. Du machst uns. Hap. 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 Ne. Du ziehst gerade, oder? Ja. Ich habe uns nicht. Hap uns. Hap uns. Hap uns. Hap uns. Hap uns. Hap uns festhalten. Okay, wieder noch. Ich lach los. Ich lach los. Du musst nach oben schwingen. Komm, wir sind gerade im Arm. Nee. Ich kriege doch keine Pegel jetzt. Jetzt habe ich eine. Halt. Hap uns. Hap noch mal eine. Na. Hap die letzte. Festhalten. Oh Mann. Ich sch... Kommt, glaub ich, Enten wieder. Lass los. Nach oben schwingen. Nach unten, nach unten. Nein. Nein. Kann man? Nein. Ich brauche einen Moment. Bist du diesen Moment? Ja, dein Schraub wird. Ich brauche ihn! Ja nicht, ich brauche ihn. Nein, ich brauche ihn. Ich brauche ihn! Tapp nicht? Ja. Tapp. Ne. Tapp. 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 Hast du? Wir bleiben zu. Ich. Okay. Ich dachte eigentlich, dass ich zu Ende komme. So, wiegt sich? Ja, tut schon rein jetzt wohl. Ja. Schwing du mal rüber. Ja. Schwing weiter. Ich glaube, ich habe. Ja. Ich halte uns. Jetzt kommen wir Enten wieder. Komm mal, lass mal los, lass mal los, lass mal los. Halt dich fest. Okay. Wieder rüber schwingen. Hab. Tapp. 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 Ja. Tapp. Ich halt. Ich halt. Okay, kannst du wieder? Okay, weiter. Hab. Hab. So, ich hab keine volle Scheiße gesagt. Ich hab uns... Nach unten, 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 nach unten. Loslassen! Nach unten. Loslassen! Wieder hoch. Nee. Hab. 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 Oh, warte. Hab, hab, hab. Was ist los? Ah, nee. Okay, weiter, ich lass los. Hab. 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 Ich weiß. Hab. Ich hab jetzt leider. Ja. 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 Ich schlug. Drück schon rein. Hm. Hast du halten? Nein, ich hab ne Feder erwischt. Ja, lass los und halt mich fest. Ja, ich halte mich. Nein. Oh Gott. Wieder oben drauf. Drück das Ding rein. Hässlich. Ich halte mich, ja. Ich hoffe, ich bin auch dran. Ich schweck. Boah. Zieh ihn hoch. Warte, 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 ganze Ding ran. Oh, ich lass. Ja, lass mal los. Was? Boah. Hab. Bin du nach oben? Ja. Ich bin oben. Hab. 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 Ich hab. Hab. Festhalten. Ich hab. Das los. Hab. Hast du? Ja. Guck mal, ob wir überhaupt in die Zunge rankreffen. Ja. Wir können in die Zunge rankreffen. Okay. Hab. Warte, warte, warte. Halte dich mal an der Zunge hinten fest. Von hinten nochmal. Komm, gleich nochmal hinten. Wir halten uns jetzt noch mal an der Zunge fest. Okay. Erwarten. Ich glaub, wir müssen mit der Zunge... Ja, jetzt kommen diese Scheißenten hier unten, oder was? Ich hab keins, bin ich da. Das ist auch nicht ruhig jetzt. Mann, ist das eine Scheiße. Okay. Ich komm nicht hin. Dass man aber nicht mal wenigstens einmal getroffen werden darf. Nein, man kriegt sofort auf die Fresse. Und damit finde ich eigentlich, dass wir ziemlich gut sind. Du musst schlauer reden, sonst verstehe ich dich nicht. Ich finde dabei eigentlich, dass wir ziemlich gut sind. Hilfst du dich? Ja. Ja. Ja, weil wir wechseln. Ich dachte, wir warten immer, bis wir nah dran sind. Okay. Okay. Komm. Sagschüss bitte auch immer. 2 Soll ich einmal rumschwingen? Ja Hast du? Ja Nach links schwingen bitte Wir schwingen wieder nach rechts zurück Ab, nach los Und nach links Ich hab Soll ich? Ich hab ja Festhalten Oh Gott Ich hab ja Ja Ich hab nicht Ich hab nicht Hab Nicht Hab Ich hab Ich hab Ich hab Ich hab Kannst du dich erneuern? Hab 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 Ich war in der Zunge befestigt Ich bin dran Hab Hey Hab 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 Was machen wir? Okay, dranbleiben erstmal. Okay, schwingen. Ich komme da grad nicht drüber. Meine Güte, jetzt. Das finde ich schwingen, glaube ich. Bin die noch dran. Warum sind eigentlich plötzlich alle Federn draußen? Vielleicht halten. Okay, ein bisschen weiter runter. Hoch. Festhalten. Ab. Festhalten. Ab. Schwingen. Nach oben schwingen, bitte. Ab. 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 Ab, was los? Wir springen. Echt? Okay, oben drauf, ja. Ab. Festhalten. Nein, was sollte es? Mann! Jetzt wollen wir noch ganz oben. Weiter, komm. Da kommen Enten. Ja, ich mach das. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das ist so da schön. Ab. 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 Schwingen. Schwingen. Ab. 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 Schwingen. Ab. 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 Ersthalten. Ab. Ab. Und zurück. Ja. Ab. 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 Links. Ab. 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 Hörst halten. Ja! Schlag. Guck. Hier weiter. Auf fassen. Ab. 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 Nach oben bitte. Schwingen, schwingen, schwingen. Loslassen. Nach oben schwingen. Ab. Ab. Du musst mitschwingen. Ja, ich kann gar nicht schwingen. Ab. Nein. Entschuldigung, ich dachte. Ab. 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 Soll ich nicht schön bleiben? Ja. Okay. Ah. Warum lässt du mir? Oh Mann. War das jetzt falsch, dass sie los war? Nein, das war mein Fehler. Ab. Ja. Nein, das war schon. Loslassen. Ab. 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 Ja, nach unten, nach unten, nach unten Klapp, lass los, lass los, lass los Schade Ab 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 Müsst du los, komm enden, wir können hier noch nicht sperren Und weiter Ab 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 Ich hab Hab Bleiben? Ja Okay, weiter Hab 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 Halten Okay, weiter Hab 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 Ja, aber wir gehen weiter nach oben, damit wir von der Zunge geschützt sind Ich lass los? Ja Okay Halt Oh Gott im Himmel Oh Gott im Himmel Nach oben Darf ich loslassen? Ja Hab Ich komm so nicht hoch Komm so nicht hoch Ab 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 Festhalten Ist das nicht nur die Position? Ja, was soll man machen? Gott Ich hab Okay, ich schwing Also du, ich bleb dran Äh, du lässt los Quatsch Ich lass los Ja Nach links Rechts an die Zunge ran So, so bleiben wir jetzt bis die nächsten Enden da waren Wahrscheinlich schwingt jetzt Schüttelt uns jetzt eh gleich wieder runter Natürlich Ja, fuck you Ich seh grad noch wo ich bin Ab 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 Oh Gott, tut mir leid Ich hab auch ان Loslassen Ja Zwei Ich seh grad nicht Ab 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 Enden, wir schwingen weiter. Hoch. Hoch. Los. Los. Loslassen. Hopp. 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 Halten. Oh, ich halte. Ich hab schon Angst. Kommt, ich hab so langsam. Bist du auch dran? Ich bin dran, ja, kannst loslassen. Okay. Weißt du, ich hab uns hoch. Hopp. So, wir verlangsamen jetzt die Zeit. Steuerkreuz nach links einmal. Verlangsamen. Hopp. 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 Ich kann grad nicht. Jetzt. Hopp. 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 Ich hatte der... Oh Gott. Ja, egal. Ich hab... Ich hab... Verlangsamen, 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 verlangsamen. 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 Ich hab keinen Aumen mehr. Ups. Loslassen. Loslassen. Jetzt rüber da. Ja. Okay. Hopp. 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 Langsamen, verlangsamen. Hopp. Loslassen, lass los, lass los, lass los. Ich hab losgelassen. Ich hab... Ich halt jetzt einfach grad. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Hier sind wir. Warum glaub ich, dass es das nicht war? Natürlich war's das auch nicht. Warum? Morpheus. Der schwächliche Puppenspieler. Da? Oh. Ich hab's da mal. Oh, ja. Hopp. Wir müssen oben drüber. Hopp. 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 wir müssen uns von da daran steuern ich dachte gratis damit ankommen hast du jetzt also 1 wir können gleich beim ersten mal machen und loslassen wir schwingen aber ich hoffe mal da oben ran zu kommen jetzt haben wir noch weg ja okay dann müssen wir uns da rein kriegen okay abtrennen wieder fähigkeit wechseln moment der kopf hier muss mal weg so halt komm her ok jetzt können wir uns da ganz normal hochkämpfen der kopf ist gerade in der freien position für mich aber wenn du mitschwingst müsste es doch reichen ich schwinge hab was ist das bitte war es das jetzt ich ertrag das jetzt auch nicht mehr ich ertrag das jetzt auch nicht mehr ich ertrag das jetzt auch nicht mehr ja halleluja ein spiel von chasing reds games wir haben es geschafft leute was war das für eine reise meine werfen sind am ende ich sag es euch ganz ehrlich und meine arme sind am ende meine hände tun so weh aber ein dickes lob an meine frau die spielt nicht viel und das spiel ist bei weitem nicht leicht wirklich nicht spielt selber wenn ihr denkt dass es leicht ist es ist nicht leicht und für jemand der selten zockt wie meine frau die zockt all zwei jahre mal mit mir im spiel hat sich echt gut geschlagen finde ich vielen dank auch wenn ich manchmal gemotzt habe das gehört halt dazu und das hat auch meine art und ich will mich hier nicht verstellen ich hoffe euch hat trotzdem spaß gemacht zuzuschauen wir werden sicherlich noch das ein oder andere koop let's play auf youtube machen keine sorge vielleicht machen wir auch mal was live das wissen wir noch nicht ähm ich würde sagen wir sehen uns beim nächsten spiel schreibt gerne in die kommentare wenn ihr irgendwelche verbesserungsvorschläge habt ich weiß mit dem mikrofon ist das jetzt nicht optimal aber auch da finden wir für die zukunft sicherlich noch die ein oder andere lösung ansonsten sehen wir uns wie gesagt beim nächsten let's play wir sehen uns ciao ich hab ich hab ich hab ich hab ich hab ich hab nicht ich hab doch ich hab macht's gut ich hab ich hab ich hab ich hab ich hab ich hab und ich hab Musik Musik So now I gotta say goodbye I gotta say goodbye